Vom Feinden Umgebung Mission 12 Leute, es geht weiter mit Mission 12 Mission 12 Ich glaub das war ne Kackmission Verdammt, ich glaub echt das war ne Kackmission Ich glaub da kommen jetzt nur Gegner Mehr nicht Ich glaub ich beschütze nämlich Virgil und Kate Und es kommen nur fucking Gegners Aber, naja Lassen wir uns mal überraschen Ich denke, es gibt dort einen alten Tunnel Vielleicht können wir dort lang entkommen Sie brechen durch Ich hab eine Idee Ich stecke im Limbus fest Von hier kann ich sie nicht aufhalten Ja, kannst du Ich sprühe, du reichst die Decke runter Dort, jetzt zieh Okay Und Boom Geht's dir gut? Ja Komm schon Los jetzt Weiter geht's Weißt du, wohin das führt? Diesen Ort kenne ich wie meine eigene Westentasche Komm schon Ja, ich mach doch schon Okay Okay Ich bleib hier Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat Hey, warte Ich glaube, ich habe mich mal gesehen Scheiße Kat, beweg dich nicht Lass es, verbrechst du auch Kann man was verwegen Yes, Rack Los geht's Geht's dir gut, Kat? Ja Es geht mir gut Gut Ui Ich bin ein Geist Geister Oh Gott Latschen, latschen, latschen Latschen, latschen Ach ja, und latschen muss ich auch noch Hände auf den großen Gesicht Run Kat, versteck dich Er fließt Nein Schnell in den Raum, versteck dich Ich sagte doch, ich rede Verdammt, er kommt rein Was tust du? Bleib im Versteck Hände auf den Kopf Jetzt habe ich dich, du Schweinehund Schon wieder Schweinehund Gute Arbeit Komm schon Hier entlang Da waren aber doch mehrere Soldaten Ist da jetzt nur einer geblieben Achso, was suche ich überhaupt Hier gibt's eh nix Wurde ja schon angezeigt Komm, Kate Mach ein bisschen hin Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit Oh, da hinten muss Virtue sein Virtue So, du Fettsack Und Ah, jetzt komm Also, fertig Noch ein Abflug Danke, Dante Kat Du bist am Leben Gibt es einen Weg hier raus? Ja, ein Notausgang Ich bring dich dorthin Dann los Nein, warte noch Was? Hier befinden sich Terabytes An geheimen Daten Die dürfen sie nicht in die Hände bekommen Ist das wirklich wichtig? Sie würden alles über unsere Pläne wissen Wenn sie an diese Daten kommen Wäre alles, was wir getan haben, umsonst Kat Die Selbstzerstörung Du musst sie aktivieren Sie brechen gleich durch Die Dämonen brechen durch Dafür haben wir keine Zeit Dann mach Zeit, Dante Scheiße, Kat Sofort Es wird nicht lang dauern, Kat Ich helf dir Mach Zeit, Dante Wie lange braucht ihr beiden? Nicht lange Paar Minuten Okay Ich starte das System Paar Minuten Der hat gut reden So, jetzt komm Los Ködemol Ja, haltet deine Fresse Lustig, dass nicht die sich selbst angreifen können Und tschüss So, jetzt komm Nächste Runde Fetty kommt nämlich auch gleich Oh, Fetty ist schon da Alter, gehen wir nicht auf den Sack Ah, dammit Ich hab jetzt nicht auf ihn geachtet Nein Böser Fetty Er hat mich verarscht Wieso hat er sich jetzt umgedreht Mann, Fetty Äh, 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 äh Geh in touch mit Dü, 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 dü Dü, dü, dü Oh nein Nicht diese scheiß Ratten Oh, ihr geht mir am meisten auf den Sack Ihr seid nervtötend Überhaupt die große Wo ist der große? Ich hab doch eine große gesehen Ah, okay Ja, ist klar Na, jetzt kriege ich die Schroffine So Was tut ihr beide? Noch zwei Minuten, Dante Virgil, ich kann die Dämonen so lange abhalten, wie du brauchst, aber ich kann Cat nicht vor den Agenten beschützen, beeil dich Verstanden Zwei Minuten Datenlöschung 45% abgeschlossen Mh, okay Trapped Ah, da Da gerade, wo sind die ganzen Gegner Uuund Bomb Die Oh, nicht diese scheiß Harpien wieder Wie ich die hasse Ah, du Mistvieh Hahaha Voll in den Untergrund Ja, komm, klar Dass der mich jetzt noch erwischert Jetzt kam Ah, jetzt haben wir tausend Dämonen umgebracht Und du Mungo auch noch Achso, Frau, wenn sie auf dem Boden sind, können sie die scheiße auch noch Ach, scheiß auch noch Ah, einer hat doch überlebt War's das jetzt? Oh Ich kann ja runterfliegen Scheiße Lass mich raten Zwei Minuten Es ist alles bereit Ich brauch nur noch eine Minute, um alles von den Fördern zu holen Du bringst sie in Gefahr Automatische Zündungssequenz Scharf machen Ja, jetzt kommen wieder die großen Ratten Das sieht nicht gut aus Mache ich das wie immer Bei diesen Viechern Ah, scheiße, jetzt hab ich's verbockt Komm schon, Virgil Es ist fertig So, geschafft Sie sind gleich da Gehen wir, Dante Warte Was? Was ist mit Cat? In der echten Welt gibt es keinen Ausweg Nein, wir können ihr nicht helfen, gehen wir Wir können sie nicht zurücklassen Denk nach, Dante Wir sind im Limbus und sie ist in der echten Welt Dieser Ort wird jederzeit hochgehen Er hat recht Wir können nichts tun, gehen wir Geh vor, ich komm gleich nach Dante Nur einen Moment Okay, hör mir zu Wir haben nicht viel Zeit Knie dich hin Halte die Hände hoch Versuch nicht, dich zu wehren Ich habe Angst Was werden sie mir antun? Du musst so lange durchhalten Wie du nur kannst Ich komme Und werde dich retten Nicht schießen Nein Scheiße Ich habe Angst, ich werde dich Ich habe Angst, ich werde dich Nein Ich habe Angst, ich werde dich Komm schon, Dante. Es ist noch nicht vorbei. Jo. Boah, beinahe hätte ich dreifaches S gehabt. Fuck, Alter. Drei Beiner. So, laden. Was gibt's für die Schrottflinde? Nee, das ist scheiße. Ja, okay, cool. Ja, Leute, ein eher kürzerer Part, aber dafür wird wahrscheinlich der nächste Video umso länger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.